das ist einfach nochmal so auszuleuchten ja sowieso dann hätte man Glowstone Block aber Glowstone Block jetzt dazu extra für verschwinden wir haben Econ Glowstone und wir brauchen massenweise Glowstone noch für eine Quest aber das kriegen wir auch schnell raus ja wenn du weiter in der Hölle rumrennst ja und ich stirb's dann ja ich mach jetzt erstmal netherrack massenweise ja und ich stirb's dann ja oh hier dieses eine wir haben doch noch die hell da gab's doch auch noch massenweise Glowstone oder nicht und netherrack und alles stimmt fällt mir mal grad so ein da können wir eigentlich rein, das Ding ist glaube ich auch ausgeleuchtet ja haben wir ringsrum doch alles komplett ausgeleuchtet wenn wir die ihm gleich mal offen machen oder so ja aber nicht so lange ich hier drin bin machen wir die Monster wieder an naja, ganz ruhig baum baum spawn spawn und nicht tot hmhm ne nein wo spawn ich den? ach ja ich spawn ja hier unten genau das hab ich sowieso irritiert, dass das Portal hier irgendwo spawnen deswegen muss ich mal nach Hause porten da sollte jemand nicht drunter springen oh da sind irgendwelche spinnfähnen gekommen gut hab ich gesagt wow da soll die auch nicht drunter springen redstone ganz viel redstone naja geschilder redstone natürlich ne ja ist egal kann man ja zurück chisel mal nizzle jetzt schauen wir wie viele federn auch hier ist auch noch so viel zeug drin schau mal dass ich hier an den tank kommen irgendwie oder ich tue so gleich wahrscheinlich da wo wir nur durch gerannt sind und keine lust hat es auszuleuchten ich brauche ja nur redstone und so ist das ja nicht machen wir mal eben so und da können wir gestohlen bleiben da drüben schauen wir weiter mit der den kommen hier das ist nicht so so liquid ding wurde raus stehen kannst oder eimer rein ah ja ich hatte die eimer reinwerfen könnte ich idiot ja nearly voll super dass es schon mal schön wenn er nearly voll ist was das was Was? Ja, guck doch mal im Chat Da war nix Nein? Nö, das war nur die Standardmeldung da mit The Servers running by MC Ja, das hatte ich letztens auch Da hab ich gefragt, ob das auch alles ist oder das ist auch nicht Keine Ahnung, irgendwas passiert um deine Umgebung, aber war nix Ja, aber die ganzen Monster wahrscheinlich Ja, kann sein, dass das so eine Komische Meldung ist Genau, weiß ich nicht Ein Heft nur, dass du nicht ausgeleuchtet hast Okay Äh, scheint Der Barrel ist Voll für Lava Gucken wir einmal Nee, noch nicht ganz, dann tun wir den Rest hier noch rein Wir rennen mir die ganze Zeit hinterher Wir sind die Wörmier grad Oder unter mir Aber ich glaube ja unter mir war Okay Bei mir hab ich generell mal alles ausgeleuchtet Wo ich war Der nächste Barrel ist auch voll Tschüss Bumm Ähm, obwohl warte mal du könnt Musst du den im Inventar haben oder reicht das wenn du den aktivierst Was? Den Barrel bei der, wo ist über der Sidequist? War sie nicht Ah ne, ah ne bei dem Victory Ding Ähm, Manual Detect Ist auf jeden Fall da Bei mir Ist bei ähm Bei der Victory Mount Warte Da unten rechts die Barrels To Remount Ähm Nummer 6 Hä, welche Barrels? Ganz unten die Drums Die Drums Was das grad aktiviert? Äh, Lava ganz rechts Die erste Reihe Nö Okay, dann musst du die nachher auch aufheben Ja Kannst du mit ner normalen Spitzsack abreißen Bei mir ist nur Wasser Ja, dann musst du die Anten Dann musst du sie einem abreißen Weil La- Wasser und Milch habe ich ja schon Seed oder Liquid Ja Und Milch habe ich nämlich auch noch nicht Ja, dann musst du sie abreißen Stehen ja da Ja Ähm Warte, jetzt habe ich Lava Jetzt könnte ich eigentlich Strom herstellen oder so Hast du nur Stroh doof? Äh, äh, ja okay Das ist, äh, normal Äh, 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 nicht rausnehmen Können wir ja Lava ein bisschen herstellen für Energie Die Wo schnauze ich jetzt direkt spinnen Die nehmen wir mit Wieder Dip, 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 der Kann man Inksex zerstellen bestimmt Okay, man kann Carbon Black Naja, die Stelle Die ich ja komplett ausgehoben habe Kämpft ja, da war ja was Oh, Carbon Black Okay, können wir aufhören Schmeißen hier einfach rein damit Wieder Wieder kein... Boah, ich habe keinen Platz hier drin Ich glaube es nicht Wieder die Nachricht Ja, passiert immer irgendwas bei dir Da fällt man runter Ich sollte das mal zumachen So, haben wir noch mal ein bisschen N Ne, das ist O Bisschen N Das ist H Das ist H Jetzt sind wir noch ein bisschen was Was sagt man noch nicht? Äh, ich habe nur N gesagt Was? Ja, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ähm Mache ich noch ein bisschen wasser Dann können wir ein bisschen Tat herstellen Haben wir Öl haben wir auch noch im Tank Okay Ähm Glaub ich jetzt eigentlich Glaub ich jetzt eigentlich Ui Quarz 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 Da Kann man das irgendwie herstellen? Oh Oh Aluminium Phosphat Aluminium Und Phosphat Iron Wofür brauche ich P Und O Okay Ja Das heißt wieder in der Hölle rein Hallo Spinny Aber in der Zeit Wurde ich jetzt auch meine Spitzhacke weggerauen Und weggeworfen Wobei ich eigentlich aufs Schwert drücken wollte Oh Yeah Was war bloß das schlecht da? Äh Du bist ja auch schlecht Uhohoho Nee Du 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 hast grad ne Spinne verreckt Weil die irgendwo runtergefallen ist Zormel Nee Bam bam Warte mal 200 meintest du ne? Was? 200 256 256 Aber nimm so viel mit wie du finden kannst Also das ist besser Du 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 4600 eigentlich Die haben wir schon Okay Warum Läuft das hier nicht weiter? Der kann da sich so schön abpumpen oder was? Mhhh Ich bin schon wieder hart N ist da noch nicht voll, okay Ach ja Ach ja Ich brauche jetzt noch ne Kiste hier oder? Alles okay Mein Gott Ach die sind auch voll hier oder was? Ich bin ne Bren Schmeiß mal alle da rein, ich hab da keine Zeit für grad irgendwo reinzuschmeißen Ja ja Lava aber nicht Äh Ich labere immer gerne Jetzt zählst du mir wieder wie immer Äh wenn du wieder hochkommst Dann nimm mal beide Drums Dann könnte ich doch eventuell das Lavazeug wieder wegkippen Ja Aber muss ja auch nicht unbedingt sein Ja Ja Oh Okay Schleck Lalalala Schleck Lalalalala 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 Du machst Lala Musik Lalalalalala Ich hab nix mehr zu trinken Nee Nee Ich hab nix mehr Ich muss gleich mal wieder was trinken Mein Herz ist so trocken Halt Zurück zum Absender Ja Ich will das zurück zum Absender schicken Din 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 Haua das war heiß Ja Das war wirklich heiß am Po Oh Mir war gar nicht light War mir klar Nein Jetzt hab ich Lava einmal weggeworfen Ich Idiot Naja Übrigens die Blöcke Die Barrels und so Die du gesetzt hast ne Hm Die stehen jetzt mitten im Dungeon mit drin Okay Okay Weil Irgendwie sind die Disketten so programmiert Das nur Bestimmte Teile Mitgehen Die Pipes stehen auch oder wat? Hä? Pipes auch noch oder wat? Jojo Vielleicht kann ja auch nicht alle Mods ab oder so Das kann ja auch sein Ja ne ich Glaub das ist extra so gemacht Das nur bestimmte Teile mitgehen Naja ist egal Aber die bleiben ja dann stehen Die setzen sich dann da wieder hin Wie die waren Hast du dich offen? Jaja ist so Jetzt hab ich schlechtes R Du bist ne alte Fatze Ne Ach Ja Kann ich damit Hardes Level Oh mein Gott Mobsystem war das ne Ja Mobsystem Du wolltest ja vielleicht nochmal die Hell rein machen Ja Kann ich auch gleich machen Tschüss Facken Weil dann würde ich mit in die Hell reinkommen wenn du sagst Du machst die rein Boah Nervt das hier Ja das System steht ganz normal da unten wieder Wie gesagt Ja